Was geht ab Freunde, Sascha von SkiGamingTVs Video und herzlich Willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Serie, die den Namen trägt, Ori's Last Season. wie wahrscheinlich alle wissen, alle Fußballfans wissen dass Ori jetzt seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat so kann man es sagen, also seine Karriere beendet hat und ja das ist natürlich schade aber man wird halt auch älter und irgendwann muss man das machen, damit machen wir eine neue Serie weil Ori einfach nur eine Legende ist und dann habe ich mir gedacht, komm haust einfach mal eine Serie über ihn drauf Last Season ist ja letzte Saison, er hat zwar schon aufgehört, aber der Name geht trotzdem denke ich mal in Ordnung, im Hintergrund habt ihr ein Ars Monaco Team mit Ori so eine volle Chemie, weil Ars Monaco drei Franzosen da hat aber ich werde wahrscheinlich Ori einen Sturm packen und dann manchmal irgendwie einen rechten Flügel oder so einwechseln die Ersatzbank habe ich jetzt nicht gezeigt, habe ich vergessen aber egal, das werdet ihr irgendwann auch nochmal sehen und wir gehen von Ars Monaco zu Barcelona zu Red Bull Salzburg aus Amerika und dann zu Arsenal bei Arsenal hat er die meisten Spiele gemacht und da wurde er auch zur Legende, meiner Meinung nach aber bei Barcelona war er auch richtig gut aber wir fangen erstmal bei Ars Monaco an und dann gehen wir Barcelona Red Bull Salzburg und nee Red Bull New York oder keine Ahnung wie die heißen ist mir auch eigentlich ziemlich egal und dann zu Arsenal werdet ihr alle schon sehen und wenn Ori ein Tor steht, gibt es zwei Spieler, eine Vorlage gemacht einen neuen Spieler und bestbewertester Spieler des Spiels ist auch ein neuen Spieler und wir springen rein in das erste Spiel das erste Spiel für heute wir machen heute auch nur ein Spiel erstmal für die erste Episode und hier werden wir gleich mal in der 33. Spielminute gefoult und wir kriegen ein Elfmeter was schon mal richtig gut ist, weil wie jeder weiß, wer den treten wird nämlich Thierry Ori oder Henry oder wie man auch immer aussprechen will ich glaube, der wird Thierry Ori ausgesprochen ähm, müsste eigentlich richtig sein ja, Thierry Ori lässt er sich die Chance nehmen oder macht er ihn rein er läuft an zielt läuft an und macht ihn rein zum 0 zu 1 in der 34. Spielminute schon mal guter Beginn nach einer halben Stunde zu führen davor hatte der Gegner und auch wir wirklich überhaupt keine hundertprozentige Chance deswegen, ja, gut, dass wir einen Elfmeter bekommen haben nächste Szene haben wir wieder über Orkamps oder wie ich immer noch mal aussprechen will was für komplizierte Namen er zieht ab der Abreiter landet bei Ori aber der Köpfe leider daneben und kurz vor der Halbzeit macht der Gegner hier einen katastrophalen Fehler wir leiten weiter auf Thierry Ori der ist nur noch gegen Mustafi geht er vorbei macht ihn nicht rein der Keeper hält sehr stark leider nicht reingemacht somit bleibt das zu halbster weiterhin beim 0 zu 1 wir haben deutlich mehr Ballsitz und deutlich mehr Schüsse also geht die Führung wirklich in Ordnung zweite Hälfte kommen wir wieder in der 53. Minute über Thierry in Form geht er vorbei den muss er reinmachen den macht er nicht rein was eine Riesenchance und in der 63. Minute unser Gegner ein Freischuss das ist die wirklich erste Szene die wirklich gefährlich war aber Skettlenburg unser Torwart hält den Freischuss sehr gut Ende der zweiten Halbzeit Ende des Spiels kommen wir nochmal über Thierry Ori in der 89. Minute geht mit dem Shop nach Ende jetzt nur noch gegen den Keeper aber er scheitert schon wieder aber Abstauber Germain oder wie man ihn aussprechen will immer diese komplizierten Namen warum hat Ars Monaco keine Deutschen nein richtig stark gemacht von Thierry Ori und dann rutscht Germain rein Valerio Germain und macht das 2 zu 0 und damit haben wir gewonnen danach ist nichts mehr passiert und der Gegner sag ich schon der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und Thierry Ori ist auch vielleicht bestbewertester Spieler geworden weil er ist auch am meisten aufgefallen war in jeder Chance beteiligt und hat auch ein Tor gemacht ein Elfmetertor mal sehen was die Bewertungen sagen unser bestbewertester Spieler ist genau Thierry Ori hat auch ein Tor gemacht Kain hat eine Vorlage gemacht war ja wegen Elfmetern und dann so ein Abpraller so ein Abstauber aber wir bekommen zwei neue Spieler für sein Tor das er gemacht hat außerdem sind wir noch aufgestiegen deswegen haben wir so viele Münzen bekommen und ein für sein bestbewertester Spieler wurde er ja und das sind unsere neue drei Spieler von FC Barcelona wie gesagt Ars Monaco Barcelona Salzburg und dann zu Arsenal und dann ist die Serie auch schon fertig das dauert wahrscheinlich einen Augenblick im Tor haben wir jetzt Bravo von Barcelona alle Barcelona Spieler jetzt natürlich Mathieu der ist seit dieser Saison von Valencia glaube ich zu Barcelona gewechselt und rechter Verteidiger ist Dani Arwels mit perfekten Arbeitsraten hoch nach vorne und gering nach hinten Bomben Verteidiger aber gute Werte hat er jedenfalls hat auch 34 Münzen gekostet was ziemlich viel war und ich hoffe die Serie gefällt euch und wenn sie euch gefällt dann lasst gerne einen Daumen nach oben da würde ich mich ziemlich drüber freuen und haut rein bis zur nächsten Folge und ciao